dann sagt das doch so hallo und herzlich willkommen zurück zu arg survival primitiv flussmords mit dem empfrahm und dem michael der spiel auch noch eine runde mit und mich mein meine wenigkeit ist auch dabei und wir spawnen tropical island der norde das braucht er das braucht er weiß gar nicht was er alles braucht aber er macht es trotzdem nicht weiter hüfte du brauchst eine hüfte was brauchst du eine hüfte die kacke sein hier liebt die kacke weil schon jemand gebaute sehe ich ja ich mache erst mal ein tribe manager was ist das explore not wo cool helena mei jin nörva was ist das i don't know ich wollte eigentlich nicht ich wollte eigentlich schon treibt mannischen ich bin fast schon leser ab alter ich sehe nicht sondern wie nennen wir uns wie nennen wir uns wir wissen nicht einfach so so create a new tribe close und level ab obwohl ich noch gar nichts gemacht habe das muss auch mal sein hier ist jemand und kämpft ich bin es nicht ich bin am strand genau am strand hervor viel last item slot profit will die nicht füttern war die sonne blendet in mein gesicht hatte ich eigentlich die grafik jetzt würde ich glaube die hatte ich jetzt auf medium gestellt er ist ein boot wo bist du denn bei zwei boten ich bin bei 30 80 30 80 ja auf der insel wo bist du ich bin etwas weiter als 30 wie kann man denn weiter als 30 sein ich bin über dir über mir über mir ist mehr ich bin gleich unter diesen torbogen ach da hinten dann sagt das doch da bin ich da läuft eine wasserweite leitung lang kann das sein ja erzählt also ich bin hier gleich unter dem torbogen sehen nur keinen laufen doch da unten da läuft er noch die sonne geblendet so ja wir haben den empfang unter reib so wo gehen wir hin es wird schon gewonnen ich muss jetzt mal gucken weil dieses spiel gebaut ja aber hier ist dunkel schon fast also ich kann hier grafen ich kann hier grafen oh mein gott ich baue ein steinchen ah ich habe zehn steinchen als zehn fahrt das schön ich glaube hier rennt ein dillo rum und er verfolgt mich da ist kompi kompi hallo 126 kompi was ist ein clay stone clay stone ist ton mein freund es ist die primitiv mod da kannst du später aus clay und einen eimer kannst du aus dem anderen zeugs kannst du so quick machen und aus hier kannst du so so eine wände bauen und so ein zeug brauchst du salz hier und zum fälle machen weil es ist ja primitiv plus und so ich glaube wir sollten erst mal anfangen bisschen hier irgendwo mal da hinten ist die vulkaninsel da gibt es dingen sag mal ich glaube hier oben auf diesem berg gibt es auch dingens ich komme nicht auf den namen sag mal der ist jemand Achtung wenn jemand immer noch der kombi wer ist ein mensch wo hier oben hier steht die kombi er hat die los 2 aber das pvp das ist schon mal schön weil dann kann man nämlich irgendwann müssen pvp machen auf die altmodische art also nicht hier und so ne sondern mehr halt so mit primitiven waffen primitive waffen bei dem bogen weil es gibt ja auch einen anderen so longbow und flame arrows und ob sie die anfeile und so eine scheiße alles also so hoffen schnick und schnack ich habe ja 400 gewicht was warum hast du auf gewicht reingeskilled willst du nicht irgendetwas anderes machen ich habe nur zweimal reingeskilled ich bräuchte mal die frau klingt immer noch wie ein mann habe ich nicht schon eine axt gemacht ich habe schon eine axt war verpackt jetzt habe ich zwei externe bei mir nicht bei mir läuft es gut ich bin extra auf medium gegangen damit der die fps freie hält wo ich habe und habe ich jetzt schon hunger ist nur logisch aber ich habe reißsam bekommen hast du sehr viel ackerbau und viehzucht ist hier was warum kriegt man jetzt 250 leh 250 gewicht bei einmal aber aber nicht bei aber nur bei gewicht oder nicht bei leben oder weil das wäre ein bisschen echt über über gewicht aber ich habe ich habe schon die erste erreicht vom gewicht muss auch mal sein so wenn du so fett ist wo es hüfte hüfte das sage ich ich bin noch dabei einzutöten ich brauche das fleisch abunger wo ist er hin ach so hier gibt es auch fehler bei dodos geben fehler und sagen trotzdem ob jetzt auch heule es gibt nur mehr gewicht also leben und stamina und so das gleiche nur das gewicht geht irgendwie sehr schnell viel höher also ich habe doch gerade erst gelevelt was ist hier los so lernen wir mal hier alles zum bauen das bräuchte 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 die tür bräuchte auf jeden fall was auch keine so jetzt erstmal wir platzieren mal ich habe hier schicken mit irgendwas furcht nehmen wir da krieg ich angst das ist ein rabbi ich mache uns mal ein kleines feuerchen und braten zwar was zu essen ja frau koch mal halt die fresse was du sollst kochen ich gebe dir gleich koch mal ja du frau ich gebe dir gleich du frau selber du frau ich habe schon mit einem anzeige packte meine hp nicht mehr zu kotzen wenn die drauf schlägt ne klingt das wie beim kerl aber wenn sie wenn sie wenn sie um holt weil sie nichts zu essen hat alter frisst er nicht gleich alles in dem weg ich habe nur zwei stück genommen ich habe nur zwei jungen auf dem weg ach shit jetzt ist da kohle drin oh willst du mich verarschen was denn so also richtung lavafelder will ich nicht gehen hier sind drei boote und ein paar trikes seiter was haben wir hier gebaut ich kann es getreuen hallo ach ja ich nicht oder was guten morgen guten morgen guten morgen guten morgen sondenschein ach so wir müssen ja mal tiefer gehen hier sind die primitiv plus sachen wir brauchen eine feuerholzstation auf jeden fall lambo station und lambo oder so kann ich nicht mehr lernen aber die lambo station die brauchen wir auf jeden fall so nimmt hier immer noch fleisch raus dass ich dann gleich das feuer kaputt machen kann was machst du da schon wieder ja was wenn für wände holz wände wo machst du schon holz wände weil ich jetzt alles gekraftet habe ich habe jetzt 3x3 also 6 stück habe ich ich habe cream bean ja die brauchst du für honig kannst du honig und so ein scheiß das später machen müssen jetzt erstmal einen platz suchen wo wir bauen können ich würde am liebsten oben irgendwo an der kippe bauen aber ich glaube das sieht hier echt schlecht aus weil man kommt da nicht hoch also ohne irgendetwas zu fliehen zu haben was erregt er an von was ich glaube einfach weiter hier haben schon ganz schön viele gebaut aber doch hier ist eine base zum beispiel da sind dinos drin das ist ein peteranoton ach so das ist ein sehr klar dass das verschlossen ist gehört die base skbg so wir müssen mal gucken kann man hier mit dem wald hoch in die ghetto paracetärion da gibt es kristall ist schon mal was ist das guck dir den mal an hilfe wenn sie sehen mit nee den kenne ich gar nicht der kann an wänden stehen und von daraus kann sich liefen ist das der mit dem dreier sattel ja schicke cool was greift er an ach so der zweite empfarm kille du 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 bist du denn achte ohne ich gehe mal vorsichtshalber hier mal den berg weiter hoch weil hier oben weiß gibt es irgendwo metall hallo ich muss hier gerade kämpfen hier gibt es schon mal hallo ich muss hier gerade kämpfen hier gibt es schon mal hier gibt es schon mal was machst du denn da unten kombi von rama ich habe mich angegriffen looten bist du toll ja ich bin bewusstlos ich habe dich glaube ich jetzt angegriffen ich bin bewusstlos ich habe dich glaube ich jetzt angegriffen er muss einfach durchführen junge durchführen ich bin ich habe keine Ausdauer ich habe noch kein bett aber ich kann gewöhnt worden muss kurz mal das Viehzeug zu tun ja so scheiße ja geht 166 titanomea ja ich habe ja nur 133 wie lange mein spiel den dodo töten aber anscheinend sogar zu machen so warte ich brauche kurz schnell wett ja warum farmst du ich habe alles mit dem zucker weil ich das einfach farm ist das scheißegal fiber aber jetzt schon wieder so ein kleinskompi ja ja alleine macht das auch nicht ja aber geht mir trotzdem auf den sack das ist wie ein Jurassic Park das ist wie ein Jurassic Park der quatscht mit dir kennst du das ein Jurassic Park mhm scheiße hast du eine Frontage bei dir drin ja ich habe sechs ich brauche nur eine ich brauche nur eine scheiße ich brauche nur eine ich brauche eine ich brauche eine knippe ja das Bett ist da ich brauche auch ich brauche auch die Fresse jetzt steht er praktisch neben sich mit Kaos raus der steht einfach so neben sich hinter dir also reizen wir alles wieder ab ja reizen wir alles wieder ab ja reizen wir mal alles ab danke oh wo waren jetzt eigentlich die Fieste alter weiß gar nicht wo ich die alle gekillt habe ja ich habe mir auf dem weg auch welche gekillt boah was hast du denn jetzt schon wieder angelockt ich habe nichts angelockt klar boah noch daneben geworfen wie schlecht wo ist denn hier geh bei mir hallo hallo stirbst du der ist 133 hat das damit zu tun warum wir denn nicht sterben Alter der wehrt sich auch noch scheiße das war mein letztes mein letzter äh ich komm schon schneller toll jetzt kannst du ein Bett bauen boah ich habe vorhin oh meine Paz bau ein Bett warte ja derzeit trinke ich einen Kaffee heute habe ich im Moment Trukturen, Betten Pro fehlt mir ach du hast ja geworfen oh mein Gott es war ein Dilligo er hat nicht gegessen ja der möchte links hin ok weg steht ah ich habe keine Feuersteine oh ich spawn hätte Bett naja jetzt stehe ich die Feuersteine haben gestrickt Metall stehe ich jetzt neben mir ja ah ich stehe wo bin ich ich höre hier irgendwo ich stehe ich höre irgendwelche fliegen 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 ja oh ach da take all vom Inventor kann ich wieder alles verbunden machen ja vorsicht hinter dir summt irgendwo stopp mal das ist doch da ist eine Tote wo unter dir unter mir das ist jetzt ist das so ein Weg ja ist die jetzt die sport schade ja wäre schön gewesen für ding ist egal weiter geht's was bräuchte denn für sperre flints bräuchern manchmal machen wir vor selber nochmal drei sperre stopp stopp und dann und dann hast du jetzt aus? Serverlekt? ja nur ein bisschen so ein servo slack oh jetzt habe ich eine vier oma satte gelernt was doppelklick das ist aber jetzt schweinig ja hier liegt ein hier liegt ein ei von einem moshops was ist ein moshops keine Ahnung was für moshops hast du es genommen? nee ich habe ich weiß nicht was ein moshop ist ich habe angst gehabt dass der in der nähe wohnt ich glaube hier diese komische rechts ach so ja diese fiege ich da hier moshops was macht das? ich weiß nicht oh ja gut da hat jemand die kleine base gebaut haben wir die umwelt gedrängt ne? sehr schön muss auch mal sein wir rennen schon wieder so ein kackkumpi hinterher bist du bei mir in der nähe oder was? ja ja ich bin aber auch sauerlos naja bei mir geht es noch ich habe nur halb ich will zu dem punkt wo metal ist der muss hier oben sein das weiß ich weil hier bin ich schon mal angeflogen was? wo es heavy metal gibt? ja wo es heavy metal gibt genau wird nur schwierig wegen Wasser oh ja toll da steht eine base gibt es ja nicht da haben die eine große base gebaut da wo heavy metal wohnt ja toll oder war das das muss ja die insel gewesen sein ne? vorher war ich auf der insel ja das muss eigentlich die insel sein wo es hier irgendwo heavy metal gibt weil kristalle gibt es ja auch ja ich kenne mich nicht aus ey was hat die santa noch nie gespielt aber hier gibt es überall an den klippen gibt es diese basen ich meine zeit erst mal irgendwo aufbauen und mal alles niederreißen ja auch genau zwei leute und die axt im haus er hat jetzt den zimmermann mhm 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 hier gehts wieder bergab ey kannst du mal warten ich hab 300 Gewicht irgendwie her ne in sich das klang jetzt falsch ich weiß nicht wo ich mein ganzes holst hingepackt habe ich hab nix an wie du hast nix an wo bist du denn? ja hinter dir war ich warst du ja ich war hinter dir hä? hallo? da ist er doch ich muss das mal umstellen das grüne nervt mich im grünen sieht man kein grün schmeiß doch mal was weg junge soll ich nicht schmeißen ist mir scheißegal alter das zeug farmst du so schnell hier wieder zusammen oh Gott